Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play The Witcher 3, Walter und ich bin es, euer Dempsey Mafix. Ja, sorry für den abrupten Abbruch, äh, ich hab jetzt nicht viel gemacht, außer dass ich diese dummen Geister nochmal besiegt hab. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Und hier noch überall die Sachen einsacken müssen, die alle schon in der Giftpampe sind, deswegen kann ich sie nicht einsammeln. Ja, wir sind hier mit, äh, jetzt, gerne, tippt er raus. Mit, äh, Karamaz sind wir hier, der ehemaligen Hexer hier von, Hexerin von dem lieben Neptun, Oh, wie hieß er denn nochmal? Äh, Kaiser zumindest von Temerien. Schon vergessen, mein Gott, ist schon seit deinem Spiel tot, braucht kein Mensch. Und, äh, wir versuchen gerade hier diese, äh, ähm, wir versuchen gerade hier, äh, die Ruinen zu erkunden. Und natürlich, oah, wo lockt uns das Spiel hin, das finde ich nicht gut. Wir müssen, äh, hier gerade ein paar Schwalbensymbolen, äh, verfolgen, äh, verfolgen. Denn wir wissen, dass hier ein Elf sich mit der lieben Neptun City treffen wollte, beziehungsweise sogar getroffen hat. Und hoffen nun, dass wir, ja, vielleicht hier irgendwas finden über sie. So, ähm, ich glaube eigentlich ist es keine gute Idee, hier hinzugehen, weil das geht aus unserem Zielkreis was. Aber das ist mir wurscht. Ich, ich schwimme da jetzt einfach mal ganz entspannt hin. So, schnell schwimmen. Hup, 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 hup. Hüpfen wir mal da. Oh mein Gott. Da. Okay. So, war es eine gute Idee, hier hinzukommen? Wenn mich gleich 20.000 Gegner anhüpfen, dann sage ich eher nicht. So. Okay, weil, ich weiß gerade, ich gehe, das sagt nicht so, was wir tun sollen. Weil, da war doch wieder dieses merkwürdige Schwalbensymbol. Ich dachte, das hat uns vielleicht hier hingelogt. Egal, Leute, ich schwimme, ich schwimme doch lieber nochmal kurz zurück. So, warte, was ist da? Ganz viele Symbole. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass da ganz schön viele Gegner auf uns warten. Ha, ha, ha. So, okay, wir schwimmen nochmal kurz zurück zu Karamets. Sorry. Aber ich meine, wenn sie ja schon was gesagt hat, das ist ja eigentlich schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir auf der richtigen Fährte hier sind. Naja. Wie diese merkwürdigen Elfen hier der Fallen stillen. Naja. Es ist eh nur eine Frage, bis wir der wilden Jagd hier gegenüber treten müssen und dann wird das eh alles noch ein Stückchen furchtbarer. So. Wir machen jetzt hier einfach mal hier unseren schönen Hexersinn wieder an. Komm, Geralt. Pack dich nicht ins Wasser. Geralt! Das ist genauso wie beim letzten Mal, als wir gegen diesen blöden Ertrunkenen gekämpft haben und weil sie im Wasser war, konnten wir sie nicht angreifen. So. Da ist doch ein cooles Zeichen, oder? So. Dann schaue ich mal, dann schaue ich, dann schaue ich. Wenn wir einen coolen Hexersinn. Ich gehe jetzt einfach in die Mitte. Das ist ja wurscht, wir können ja eh dann hier wunderschön uns heilen. Ah, diese Statue. Wartet mal. So. Diese dumme Giftpampe, die nervt so sehr. So. Ich habe hier überall wunderschön was mitgenommen. Aber mehr tut uns das jetzt auch nicht helfen. So. Wir meditieren nochmal ganz kurz. Nicht Charakter, Meditation. So. Meditieren mal kurz ein, zwei Stündlein. Das ist auch noch eine Kiste. Ah, dieser blöde Giftmurchel. Ganz ehrlich. So. Wie soll man das denn hinbekommen? So. Wanderung im Dunkeln. Ansonsten denke ich, ist es hier auch nichts mehr. Wir waren, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg hier. Wie ihr seht, ja. Wir können hier in die Richtung wunderschön gehen. Kein Problem. Oh. Okay. Dann sind wir hier doch auf dem richtigen Weg. Und meine Theorie war blöd. Naja. Dafür habe ich ja hier die Caromads dabei, dass sie mir, äh, mir sagt, wo ich lang gehen muss. Zack. Speichern wir nochmal kurz. So. Auch wenn die Ladezeiten ultra lang sind, immerhin geht das Speichern recht fix. Was ganz schön ist. Bei einem Spiel, wo man wirklich sehr, sehr leicht abkratzen kann. So. Sollen wir alle Pilze ein, die wir erfinden und dann schauen wir mal. Oh oh. Ist das wieder das Tor? Nee. Das ist wieder eine Projektion. Ja. Ich dachte jetzt, das wäre wieder ein Tor von der wilden Jagd. Aber von weh. Das sieht doch mal hier sehr gut aus. Schauen wir mal, was uns die, der Elf hier wieder zu sagen hat. Das ist wieder ein Tor von der wilden Jagd. Ich dachte, du hättest es eilig. Ihr habt es ja auch eilig, aber, ah, da sind noch mehrere Symbole. So, wenn die mal auch so schön rot hinterlegt sind, dann finde ich es hier sogar. So. Das ist einfach nur ein großer roter Fleck, oder? Keine Ahnung, was das sein soll. Da. Das ist es hier, oder? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Äh. Was? Ah! What the hell? Müll wir jetzt gegen unser alter Ego hier kämpfen? Sack, okay. Die Kermats machen wir doch mit Leichtigkeit hier platt. So. Habe ich gerade... Welches Schwert habe ich gerade? Äh, ich habe die Stahlwaffe. Okay, das ist gut. So. Hier, eine Kermats ist besiegt. Und jetzt können wir uns... Ah, der kann sogar an die blöden Zeichen wirken. Oh, nervst du mich? Das ist ein viel besserer Geralt, als wir sind. So. Aber es gibt da nur einen einzigen Geralt von Riva hier. Oh, ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja? Und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzige Wesen. Oh, das sagt irgendwie ganz schön viel über den Geralt aus. So. Da also. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen sein soll. Also mit dem kann man zumindest nicht interagieren. Denn das eine Zeichen haben wir jetzt ja auch gemacht. Das war ja hier falsch. Deswegen. Haben wir uns ja dann hier auch die Dinger angegriffen. Aber sonst gibt es hier halt nichts. Wartet mal. Die Wand sieht irgendwie verdächtig aus. Schauen wir mal, ob wir die wegarten können. Wahrscheinlich nicht, aber versuchen. Kann man es ja mal. Ja. Es ist schon das hier. Aber ich weiß nicht, wie ich damit interagieren soll. So. Die Kermats mit der blöden Lampe. So. Hast du nicht irgendwas Spannendes zu sagen? Nun. Wo sollen hier denn sonst noch Hinweise sein? Ich kann damit nicht interagieren. So. Da. Stellen wir uns mal irgendwo anders hin. Okay. Dann. Warte mal. Dann versuchen wir es nochmal. Da leuchtet noch was rot. Aber ich glaube, das ist jetzt wieder hier der Zentakel-Fig. Aber wenn nicht, dann können wir uns mal kurz anschauen. Nee. Nee, nee. Ha. Hier sind wir. Richtig. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kälbchen. Schade. Ah. Schade. Ich habe da große Verbindungen gesehen. Ein Pferd ist doch nur ein großgewachsener Hund, oder? So. Jetzt habe ich zwei von diesen blöden Zeichen durchprobiert. Und ich wusste, dass es nicht die richtigen sind. Aber ich kann ja nicht mit dem richtigen interagieren. Okay, Matt, stell dich mal da weg. Bitte. Ich wette, ich kann wegen dir das nicht interagieren. So. Ich hau mal dagegen. Wenn nicht, dann lade ich jetzt gleich nochmal neu. Weil das ist ja dumm. Ich weiß doch, dass ich da... Also ich weiß doch nicht, was es sein soll. Aber ich muss damit nicht interagieren. So, wenn nicht, dann test mir nochmal kurz was anderes. Den möchte ich da mal runterhüpfen. Ah. Denn da haben wir auch ein Zeichen. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Okay. Das heißt, wir sind hier auf der richtigen Pferde. Okay. Gut. Dann schwimmen wir mal hier runter. Schauen uns die Kiste da an. Hopp. So. Und da geht es lang. Okay. So. Dann hoffen wir mal, dass unser kleiner Geralt hier genügend Sauerstoff hat. Und dann schwimmen wir mal und schauen, wo uns hier der schöne Weg hinführt. So. Auftauchen. Ja. Falsch hast du. Nicht doch. Passt doch. So. Gut. 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 Wir sind hier definitiv auf der richtigen Pferde. So. Da ist dann nochmal hier ein Zeichen. Ja. Ja. Wir sind hier. Wir haben hier super Weg. Was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? So. Was haben wir hier? Das hat der Geralt hier schon wieder angestellt. So. Gut. Ich schätze mal. Ja. Die Wand da vorne ist aufgegangen. Das war fast zu erwarten. Ich muss mal kurz was schauen. Wir könnten doch eigentlich mal eine Fackel ausrüsten hier. Einfach nochmal sehen, wie es cooler aussieht. So. Das ist ja eine Rüstung. Ist das die Rüstung, die wir anhaben? Ja. Schade. So. Fackel, 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 Fackel. Keine Fackel. Wir haben noch eine Fackel. Kann ja nicht sein, dass wir keine blöde Fackel haben. Oh. Die sind wieder alle so kleines. So. Was sieht denn da hier? Wo haben wir eigentlich die ganzen Mutagen her? Die müssen wir gleich mal ausrüsten. Mh. 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 Nie. 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 Das ist immer schwer, wenn man 10 Meter vom Fernseher wechselt und dann versucht, da was zu erkennen. Ach, dann machen wir es halt ohne Fackel. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Wir haben jetzt immer gesehen, dass wir hier noch Mutagene haben. Muss mal schauen. Oh. Wir haben hier einen neuen Slot frei. Sehr gut. Wenn wir jetzt noch Kräfte hätten, wo wir es dann benutzen könnten, wäre das noch besser. So. Hier können wir gleich mal schauen, was haben wir. Boah. Wir haben so viele Mutagene hier. So. Plus Vitalität. Ja. Wir haben halt nur Vitalitätsdinger und das ist da Zeichenintensität. Das wäre natürlich, weil wir ein Zeichen haben und keins, äh, hier eh keins von denen haben, würde sich das fast mehr lohnen. Wenn wir das jetzt ausrüsten, naja, dann haben wir hier plus 10 Zeichenintensität. Das heißt, wir bräuchten ja drei Zeichen im besten Fall und dann, äh, hätten wir hier natürlich dann nochmal einen sehr, viel besseren Effekt. Aber egal. Erkundet die neuen Kammer mit Kara. So. Ich packe schon mal das Schwert aus. Na wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Das heißt, ich hab'n. Komm. Meinst du, es ist sicher? Sie sagt da, du meinst du sicher? Und ich, der Maxi läuft da schon rein. So, wir sind hier definitiv richtig. Ein bisschen wie die Ruhe im Sturm. Äh. Ein, ein, ein Go. Stand da gerade fucking nochmal Golem? Nee, da stand nicht Golem, Leute. Da stand Golem. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Leute. Wir haben in der Wutte 1 schon mal mit einem Golem gekämpft. Und das war alles. Ah, nein, schön. Okay. Ähm. Achso, ich hab'n Art gewirkt. Warum bin ich... Warum hab' ich denn auch in Art ausgerüstet? So. Ganz relaxed. Das kriegt der Kerl mit schon hin, oder? So. Okay. Ja, schön. Ich find's ja super, wie er auf sie geht. Dann hauen wir uns doch gleich mal hier. Er ist verteidigt, ja? Aber das stört mich doch nicht. Bam. Hilf es, ich geh'n, der Monk, mein schönes Schild geht hier weg. So. Hallo. Golem. Ich bin hier. Naja. So soll eigentlich jeder Boss-Fall gehen. So. Einfach immer auf den anderen gehen. So. Ich wollte eigentlich einen Schwalbendrang einschmeißen, aber... Erstens ist es will nicht und zweitens, wir brauchen es noch nicht. Zack. Zack. Aber... Gohli, Gohli, Gohli. Auf Wiedersehen. Sehen. Kein Problem für einen wahren Hexer. So. Was haben wir hier? Oh, eine Rühne, Monster-Sitz und ein Golem-Herz. Wunderbar. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorhin. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht? Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Der Geralt haut hier wieder seine Schambolze raus. So, gut. Dann schauen wir mal. Wir sind hier definitiv auf dem richtigen Weg und ich hoffe, hier finden wir nun endlich ein paar sinnvolle Spuren. So, wartet einen Moment. So, verzeiht ihr kurz Unterbrechung. Gut, dann gehen wir weiter und untersuchen hier nun weiter hier die schönen Ruinen. Und wir sind hier falsch abgebogen, oder? Da geht's lang. Von ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergessen. Dass wir uns kaum... Doch, das ist ein Total. Wir müssen es schnell anbieten. Das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem über... Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Wir haben ungefähr fünf Minuten gebraucht. Die haben ungefähr fünf Minuten gebraucht. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Sehr gut, Leute. Das ist Zeiteffizienz. Gut. Beim nächsten Mal verfolgen wir die wilde Jagd. Hoffen auf noch mehr Golems zu schossen. Und vielleicht doch mal was über Serie rauszufinden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.